So, dass es geschehen, YouTuber, herzlich willkommen. Heute spielen wir den neuen Gott Gnar. Und wir haben es endlich mal geschafft, in irgendein Game reinzukommen, weil die Leute bis jetzt nichts gerissen kriegen. Und wir spielen Gnar. So, und ich gehe toplane. Dann müssen wir erst mal gucken, wie das jetzt hier, so, was er so für Fähigkeiten hat. Okay, ich gehe aber zu. Passiv Gnir. Ach so. Also wie, so wie, wie hier, wie heißt sie nochmal, die alte Fotz. Ähm, wie, wie. Shyvana. So ähnlich, okay. Okay, Small Gnar. Fourth Bomb. Okay, fourth Build. Big. Äh, wir spielen einfach mal. Und sehen, was die Scheiße alles macht. Okay, das ist auf jeden Fall eine Range Attacke. Und die kommt auch wieder zurück, alles klar. Nigesu, hä. Die kann so geworfen werden. Ah, und dann geht sie einfach wieder irgendwo anders hin. Sieht nach einem neuen AD Carry aus. Ich kriege hier unten auch nach jeder Basic Attack, äh, Sachen aufgefüllt. Okay, aber wenn das zurückkommt, macht das, glaube ich, keinen Damage. Sieht auf jeden Fall so aus. Das ist seine zwei. Hier gehe ich, hier gehe ich, hier gehe ich. So, jetzt habe ich seine, das ist eine passive. Lol. What the fuck? Ach, der verwandelt sich richtig, wenn der... Alter, wie lange hält die Scheiße? What the fuck? Fuck. Okay, der verwandelt sich also immer in den... Ich glaube eher doch in Top-Lane, ne? Okay, damit kann man hüpfen. Oh, 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 oh. Ah, das gibt mir Movement Speed nach jedem dritten Dot. Ich weiß zum Beispiel, dass die drei... Okay, die float sogar. ouch er fängt langsam an sich wieder zu verwandeln hier hier mal gucken was geht man eigentlich als erstes durch attack speed vor liebsten location grains attack speed okay das gibt attack speed hyper hier hier damit wir machen bei die zwei sowieso egal ob wir das jetzt hier ein bisschen verkacken oder nicht nur ein board game okay und das lässt nach die passive lässt nach sobald wir nicht mehr angreifen wikna gibt plus 190 health plus 8 armor magic resist aber was ist denn die ulti passive increased hypes movement speed bonus ignore all nerby enemies in the special direction dealing ach so der haut in eine bestimmte richtung auf 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 Oh oh, ich sterb hier gleich Oh oh, ich fang an dieses Monster zu werden Jetzt Holy fuck Alter, ist das geil, Mann Das ist ja richtig fett, Mann Also ich finde den voll witzig, den Gott Den Champion, Entschuldigung Bisschen doch im Smite, Feverdown, ne? Ich weiß gar nicht, ob man den jetzt auf Top Lane spielt oder woanders Ah, du kannst, ja genau Man kann nämlich bouncen aus so einem Gegner Und dann so hin und her bouncen Das funktioniert auch, alles klar So 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 Hopp Ich bin der unten Ah, er ist der Fettsack gerade So, jetzt habe ich meine Ulti Und die kann ich nur machen, wenn ich dieser Fettsack bin Alles klar Alles klar Okay, meine Ulti kann ich also nur machen, wenn ich der Fettsack bin Okay, jetzt werde ich der Typ wieder Wow, Alter Wow, Alter Man kann jetzt bouncen Man kann den Minion benutzen Man kann den Minion benutzen, um dann zweimal zu bouncen Alles klar Sogar auf den Verbündeten Okay Das ist gut zu wissen Das ist wirklich gut zu wissen Aber ich will in Ruhe spielen Ich will einfach nur Boah, der Attack Speed Alter Der Movement Speed und Attack Speed ist Wahnsinn Okay, ich verwandle mich gleich Jetzt Boah, es ist so krass Wie so ein kleiner, bekloppter Minion Wird so riesig So geil Hey, das ist so geil Hält nicht so lange, aber es ist echt nice, Alter Igishu Ja Das ist also, nur wenn du auf einen Minion springst Macht der den Doppeljump Alles klar Und die Ulti geht halt nur Ähm, Dings Ich hab dir den Jump nicht ready Ich brauch den Jump immer Boom, Alter Das war gerade fett, Mann Das ist so nice Richtig geil, der Champion Der Champion ist echt nice Also es macht wirklich Spaß Wir können uns ja einmal kurz STRG 1 angucken Mal gucken, was der da macht Wir zoomen den mal Der ist auch voll süß, ne Gucken wir mal bei 1 Das macht aber 1, okay Die 2 Die 3 Die lachen, die lachen, die lachen Das ist so geil Wir jumpen mal auf eine Minion Bong, Bong, ist das geil So geil Geil wäre auch wenn er die ganze Zeit über jeden Minion Bong kann er da rüberhüpfen würde, dass er zum Beispiel richtig fett Oh, die kriegen aber gut Schaden auch, wenn man die Items da gerade mal hat Oh, oh, ich raste aus Oh, oh Oh, oh Ich kann's nicht aufhalten Die Gewalt ist real Die Gewalt ist real, Leute Die Gewalt ist real Ich kill jetzt irgendwas durch Mir ist es aber eigentlich relativ egal Ah, macht gute Area-Effekte Waga, waga Los, Amumu, tank das Du bist der Boss Amumu ist der Beste Amumu ist aber der Beste 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 Der Minion sieht mich nicht Goddammit 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 Alter, ist das nice, Mann Das macht Überspaß, das Game, Alter Mit dem Gnar Der Hu-Han-Zoom Gnar Geil, Alter 11.1 hab ich schon Hat er mich gekillt, der Sack 11.1 schon Fürs erste Gameplay Sorry, nur gegen Bots Ne, ihr wisst Bescheid Das ist halt Ist halt, ähm, wo man denn so Wo man denn zum Beispiel Gucken muss, ist halt Gucken muss, ist halt Das ist halt, ich hitte halt Es halt ein bisschen Immer, ist immer sehr, sehr schwer Irgendwas zu hitten Ja, damit er ein bisschen unten noch Pushen kann und so Oh oh, er fängt an auszurasten Oh oh Bong 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 Der gegen den Turret haut Mann, richtig geil Ja, 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 ja Punch first Ask questions Well, punchy K D D Ja, ja, ja Er wird wieder sauer. Okay, über Wende kann man also nicht so gut springen. So geil, der Gott. Der Champion, sorry. Alter, ich raste schon wieder aus. Wow. Wie oft raste ich denn aus, Mann. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so ein... Könnte ein Top-Laner, könnte aber auch ein... Weiß ich nicht, ein irgendwo anders Laner sein. Das ist halt so... Ich weiß nicht, wo der gespielt werden kann, ne? Das ist halt das Ding, Alter. Das ist Increased Hypes Movement Speed, Bonus to 60%. Increased Hypers Movement Speed, gna, no costs. Alle die Fähigkeiten haben alle keine Kosten. Auch sehr, sehr hohen Cooldown dafür. Habt ihr den Mistkick gerade gesehen? Das ist das, wenn ich dann dieser Gnar werde, dieser Große, dann kriege ich ja auch Instant Leben dazu. Ich kriege ich jetzt... Oh, duaaah! Oh, buuuch, oh, buuuch, oh, buuuch, oh, buuuch, oh, buuuch. Oh, buuuch, oh, buuuch. Nice, Mann, grad noch gekriegt. Oh, buuuch, oh, buuuch. Freu mich vor, wie so ein kleines Kind, Alter. Hi. Hi. Hi, ja. Okay, wenn man den, ich weiß jetzt nicht, was das nur bringt, wenn man den Wenn man den killt, ob das auch noch extra irgendwas bringen soll oder so Das weiß ich nicht Und dann drücken wir uns das mal rein Dann mal aus Vispa Guck uns das noch ein bisschen an Wenn wir halt lustig sind Alter, da kriegt man auch fat movement mit dazu, das ist so krank Oh fuck Kleine bitch No, no, ich bin so schlecht Alter, das ist so massiv, das Schie Oh oh Ich würde aber trotzdem mal sagen, das war's Das war's